Für die Herstellung von Tierprodukten braucht man in den meisten Fällen ein Vierfaches an Pflanzen als Futter und dementsprechend automatisch ein Vierfaches an Ressourcen. Dem wird aber manchmal entgegnet, dass es auch Flächen gibt, auf denen nicht viel mehr als Gras wächst und die daher kaum für den Anbau menschlicher Nahrungsmittel geeignet sind und die deshalb nur mit der Produktion von Tierfutter überhaupt nutzbar gemacht werden können. Und das ist auch erstmal gar nicht falsch, das ist sogar der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Man spricht dabei meist von Grünland, das ist von Menschen geprägtes Grasland, welches beispielsweise als Weiden oder Mähwiesen genutzt wird. In der Praxis bringt das aber eine ganze Reihe Nachteile und Probleme mit sich, selbst wenn man das unnötige Töten von Tieren nicht dazu zählen sollte. Und tatsächlich ist es auch global gesehen sogar viel eher ein Argument gegen die Tierhaltung. Zur Rechtfertigung des deutschen Fleischkonsums ist dieses Argument zunächst mal schon gar nicht geeignet. Denn abgesehen von Hochweiden im Hochland ist das in Deutschland genutzte Weideland fast nur anthropogenes Grünland. 90% des deutschen Grünlands ist nicht natürlichen Ursprungs und bestand vorher mal aus wertvollen artenreichen Biotopen wie Mooren und Wäldern, die im Gegensatz zur Beweidung der Flächen positiv auf das Klima wirken und die nicht zuletzt aufgrund des hohen Flächenverbrauchs der heutigen Nutztierhaltung überhaupt erst verschwanden. Man hat sogenannte Primärwälder gerodet, um sie landwirtschaftlich zu nutzen, mit üblen Folgen fürs Klima durch Kohlenstofffreisetzung und die schädlichen Treibhausgase aus der Tierhaltung beispielsweise. Grünland ist zwar ökologisch wertvoller als Ackerflächen und ermöglicht eine weit höhere Artenvielfalt und kann deshalb auch erhaltenswert sein, aber es ist viel ungünstiger als Wälder und Moore. Wenn man argumentiert, dass man dort auf diesen Flächen nur Weidewirtschaft betreiben könnte, lässt man dabei aber völlig außer Acht, wie man diese Flächen stattdessen viel besser nutzen könnte. Gar nicht, also außer aus Kohlenstoffspeicher und für die Artenvielfalt und Biodiversität unserer Sauerstoffproduktion und so. Aber das schmeckt ja alles nicht und bringt kein Geld. Wenn man diese Flächen sich selbst überlässt oder etwas nachhilft, werden mittelfristig wieder ursprüngliche Wälder entstehen, die auch weit größere Kohlenstoffsenken darstellen. Das Argument, dass da nichts anderes wächst, stimmt hierzulande in den meisten Fällen nicht. Man lässt nur nichts wachsen, weil man Tierhaltung betreiben will. Würde man keine Tierproduktion betreiben, wären diese Weideflächen überhaupt nicht notwendig. Und obwohl man dann natürlich mehr menschliche Nahrung auf Ackerflächen anbauen müsste, würde sich durch den Wegfall der Kraftfutterproduktion, der globale Gesamtbedarf an Ackerflächen sogar verringern. Zwar ist das alles sehr komplex und heterogen und die Situation ist nicht überall die gleiche wie etwa im deutschsprachigen Raum und es gibt auch Gegenden, wo das komplizierter ist. Aber die Nutzbarmachung von Flächen mittels Futterproduktion ist wahnsinnig ineffizient und ökologisch katastrophal. Obwohl Tierprodukte, die auf solchen Flächen produziert werden, nur einen sehr geringen Anteil zur globalen Ernährung beitragen, belegen sie unvorstellbare Landflächen. 25,7 Prozent der gesamten Landfläche der Erde sind Grünland, das fast nur als Mähwiesen, Streuwiesen oder Weiden verwendet wird. Nicht 25,7 Prozent der Agrarflächen. 25,7 Prozent der gesamten Landfläche der Erde.